Es war einmal... Wieso heißt es immer, es war einmal? Es war einmal ein Fischer. Der holte seine Netze ein. War sie eine Meerjungfrau? Nein. Dann vielleicht eine Selkie? Was ist eine Selkie? Sie kommt aus dem Meer und lebt dann an Land. Ich heiße Syracuse und bin seit zwei Jahren trocken. An der Stelle wird normalerweise geklatscht. Wo hast du das gesehen? In Filmen? Da ist ein Mädchen, Sir. Ist das illegal? Nein, aber es ist rümgewöhnlich. Ich habe Damenkleidung gestohlen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Sie war für ein Mädchen, das ich kennengelernt habe. Danke. Also, wie geht die Geschichte weiter? Sie singt den Fischen was vor und er fängt sie dann. Du bringst mir Glück. Das ist typisch Selkie. Wie lange bleibst du? Das hängt von dir ab. Wenn es von mir abhängt, kannst du für immer bleiben. Ich heiße Ondine. Was bedeutet das? Sie kam aus dem Wasser. Ich sehe nach, ob du Schwimmhäute hast. Eine Selkie-Frau kann sieben Jahre an Land bleiben. Es sei denn, ihr Selkie-Ehemann fordert sie zurück. Was ist das für eine Geschichte? Du bist ein Mädelswesen. Glaubst du? Das weiß ich. Ich habe Angst, Pater. Trübser blasen ist einfach. Für das Glück muss man was tun. Wer ist diese Frau, Annie? Die junge Dame hat Geheimnisse. Es hat jemand nach ihr gefragt. Wer? Ein Mann. Du gehörst nicht hierher. Schick sie weg. Ich will nicht, dass du gehst. Annie? Es wird etwas passieren. Etwas Furchtbares. Sie war ertrunken. Du hast mich zurückgeholt. Annie!